Hier kommt die süße, zurückhaltende Hippie. Hippie lebte zusammen mit vier anderen Hunden in einem staatlichen Shelter in Portugal. Im November 2022 durfte die sechsjährige Hündin zusammen mit ihren Hundefreunden auf die Pfötchenform ziehen. Hippie liebt es gekrault zu werden, ist jedoch recht zurückhaltend und niemals aufdringlich. Deshalb beschreiben wir ihren Charakter als eher zart und ruhig und auch mit Artgenossen ist sie super verträglich. Für die 52 cm große Hündin soll nun der Traum einer eigenen Familie in Erfüllung gehen. Durch ihre ruhige und zarte Art können wir sie uns bei nahezu jeder Familie vorstellen. Bei Interesse findest du den Link zu Hippie in unserer Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.interesse.org Die Schul Heidens Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.